Wo ist mein Holz? Stich in der Kiste. Pisten. Einen wollen wir jetzt ja machen. So. Cool. Hier steht die Sonne. Ziemlich weit unten. So. So. Bleiben wir im Haus, müssen eh gleich schlafen. Ja genau, eine Messerator-Silber und das da, genau. Wir wollten eigentlich schlafen. Naja, es dauert noch, bis älteren alles Fjol rauskommt. Es ist so dunkel. Ah, liegt immer wieder am Ende hier. So und jetzt werden wir gleich wieder aufstehen und jetzt werden wir Kabel verlegen. Ich mach jetzt gleich mal die Redstone Engines ran. Nicht die Pumpe weg, sonst liegt die runter im Becken mit Lava da unten. Ich mach es noch nicht an, weil wir erstmal es mit der Quarry machen müssen. Ja, der geht auch ständig runter. Ich mach es noch mal. So, das war's. Und jetzt müssen wir noch mal ins Haus gehen und es noch ein paar Sachen machen und das noch mal verlegen. Und jetzt machen wir jetzt noch etwas so einigermaßen Teures. Ich hab ja schon erzählt, dass es mehrere Engines gibt. Da gibt's auch die Combustion Engine. Das ist die beste. Die macht man nicht so. Also 8, 11. Die Steen-Menschen gibt's auch noch. Das ist die ganze Maschine. Die wappert sich mit Stattelstein sammeln. Ein Pisten. Ah, Eisen. Und einen lassen. Würde nicht heißen, wir brauchen 3. 2. Ja. Und dann, kann ich noch mal ein bisschen. Und dann noch mal ein bisschen. Ah, ist aber viel. Ach, Tanks? Das heißt, nein, ich brauche auch nicht. Redstone Engine. Da geht mir doch schon wieder das Holz aus. Was gibt's da nicht? So, noch 24. Das ist nämlich alles viel einfacher mit diesem Tablet. So, Redstone Engine. Haben wir noch nicht. Gut. Wurden Transport Pipe. Auch nicht waterproofed. Ach so, ja, stimmt. Und. Werden bestimmt noch nicht reichen. Jetzt will ich noch mal was nachschauen. Ich weiß es nicht mehr genau. Genau. Oh ja, das ist teuer. Sehr teuer. Kann man sich mal nicht leisten. Aber dafür leisten wir uns das Rory. Und dann später kann man das Ganze noch upgraden und besser machen. Jetzt auch tief runter. Wir haben zwei Vulkane. Das ist gut. Das ist eher nicht so gut jetzt. Jetzt müssen wir irgendwie hier über Wasser, ähm, das Unterwasser machen. Warte, geht das so? Muss doch gehen, oder? Schön, ja. Ja. Und natürlich kein Glas mehr, also war das gerade sinnlos. Dann mal schauen, ob der schon soweit ist. Der Energy Collector und... Nein, immer noch nicht. Und dann wollen wir nämlich mal, ähm, was brauchen wir nochmal? Genau. Glas. 74 Glas. Das sollte, äh, reichen. 8 sollten nicht reichen. 24 dann schon eher. Aber wir haben ja nur 12. Kann man ja nie genug haben. Wieso nicht 64? Oder 68? Ach ja, genau. Die sollten für's erste reichen. Sieht ihr schon über die halbe Tiefe? So, mach mal das jetzt. Machen wir das so, so. Ähm. So, nicht einfach so. Gerade eben. Ich glaub, 20 hätten doch gereicht. Dann hier. 20 hätten gereicht. So dunkel. Ja. Die Leitung steht schon mal. Das ist super. Jetzt fehlt nur noch der Strom für unser Aquarii. Das wird auch wieder ziemlich teuer werden. Ja. Ah, Waterproof haben wir natürlich keine mehr. Egal, ja, wird teuer werden. Ja genau, wird teuer werden. Weil eigentlich will ich drei Combustion Engines. Wieso machen wir das jetzt nicht einfach? Komm wir machen es kurz. So. Nein, jetzt habe ich zwei zu viel gemacht.